hallo ihr lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen runde in zoo 2 animal park so ihr seht das schon meine hausziegen möchten erwachsen werden das heißt da kann es dann auch endlich in die nächste runde gehen ja sie sind jetzt alle level 11 erwachsen das ist doch brav ganz brabe ziegen okay warst du letzte chance sei es wieder weggeklickt naja egal so viele letzte chancen wie man immer hat ist die welt doch auch tut die paletti und in ordnung so ich mache natürlich meine hasen hier weiter das versteht sich von selbst ich brauche noch ein paar davon und ja was soll ich sagen wir haben ja im stream eine ganze menge tickets eingetauscht ja wir haben ja da ein bisschen rum geguckt gehabt was ich alles mal so wegtauschen könnte und es auch einiges bei rumgekommen so dass ich ziemlich viele tierchen was ist ziemlich viele naja ist jetzt übertrieben aber das ein oder andere tierchen eintauschen konnte haben wir natürlich die gehege zum bau erstmal mal in gang gesetzt und nun ja mein aus versehen weggetauschtes tierchen habe ich noch nicht wieder gekriegt ich weiß nicht ob ich es überhaupt wieder kriege ich habe eine support anfrage gestellt entweder habe ich glück oder ich habe eben kein glück denn es ist dumm gelaufen aber gut ich glaube das passiert schon mal ne und gerade wenn man nebenbei noch chat liest und keine ahnung was dann ist das dumm gelaufen passiert okay ja was soll ich sagen da bin ich jetzt eigentlich ganz froh dass ich so viele tierchen eingetauscht habe ich muss jetzt mal gucken was ich überhaupt für die gehege noch parat habe weil wir ja so viele sachen tatsächlich weggetauscht haben dass ich bestimmt jetzt das ein oder andere gehege gar nicht fertig ausstatten kann aber das ist ja nicht so schlimm wenigstens habe ich jetzt die tiere für weniger tickets eintauschen können das ist auch schon mal eine gute sache und was ich auch gemacht habe für die eisgehege habe ich ein bisschen eingetauscht das hatte ich ja gesagt dass ich das nach dem stream in einer ruhigen minute machen möchte habe ich natürlich auch gemacht aber das hat sich schon teilweise ordentlich gelohnt so und guck mal bei den mondbären hat es wieder nicht geklappt tolles ei okay aber die quest kriege ich auch noch durch oh es ist noch ein polar fuchs fertig oder zumindest ein zucht versuch ist fertig ich bin ja mal gespannt ob es wieder weiße drillige werden aber gut ich habe schon gelesen in den kommentaren dem ein oder anderen er geht es nicht besser ja aber gut dafür haben ganz viele auch von euch andere farben von anderen tieren noch bekommen und hier ein zwilling da ein zwilling und scheint ganz gut geklappt zu haben bei naja den meisten mit dieser zucht woche da bin ich doch auch ganz zufrieden ne sagt also ich meine drillige ist schon geil muss ich mal so sagen ne also ich freue mich hab dich da schon sehr drüber gefreut aber gut wie gesagt ich wollte wenigstens einen schwarzen haben gut aber wer weiß vielleicht klappt es ja noch vielleicht habe ich ja noch glück da gehen wir auch gleich hoch zu den eisgehegen aber wie gesagt ich habe hier so mittlerweile meinen rhythmus so halbwegs jedenfalls und den machen wir jetzt erstmal fertig na weil wir wollen ja nicht dass es unseren tierchen schlecht geht bzw unsere besucherpunkte so weit unten sind das geht natürlich gar nicht so dann habe ich mir überlegt dass ich zur 200 folge die dann wartet am donnerstag oder so erscheinen wird ich weiß es noch nicht ob ich sonnerstag mache oder ob ich tatsächlich erst im stream die 200 folge mache das weiß ich ehrlich noch nicht je nachdem wie ich zeitlich dazu komme aufzunehmen also ich werde großartig nichts besonderes machen ich möchte aber am sonntag im stream mit euch ein bisschen was also so community ding noch besprechen es war ja mal so in der im gedankengang dass ihr mir über discord bilder von euren zoos schickt und wir uns die dann angucken in einer 200 folge dann ist das mit dem sprechen schon wieder schwierig ne ihr wisst bescheid das wochenanfang da funktioniert das nicht so sonntags restbestände ja also das möchte ich gern mit euch machen da würde ich aber ganz gern das nicht an diesem sonntag machen sondern vielleicht nächsten sonntag denn ich kann mir vorstellen der ein oder andere möchte da vielleicht ganz gern mitmachen möchte aber noch in ruhe umbauen oder keine ahnung was irgendwas ganz tolles von euch und dann werde ich euch im stream auf jeden fall ja sagen wann ihr das ins discord posten könnt da muss ich nämlich erst noch einen raum für erstellen und so weiter und so fort da möchte ich einen raum erstellen und ja soll ja schön sein soll ja cool sein soll für euch auch schön sein wenn ihr damit machen möchtet weil ich habe erst gedacht machst du so ein reaction video vielleicht auf dein erstes zu zwei video wäre ja auch eine möglichkeit gewesen aber ich glaube ich könnte mir gar nicht angucken sich selber angucken in videos oder zuhören ist echt schwierig wir werden das irgendwann mal machen zu einem special anlass vielleicht oder einfach mal just for fun wir werden es sehen aber ich glaube wenn ich das so mitgekriegt ich habe in den letzten streams und folgen wünscht ihr euch dass wir uns auch mal die eindrücke der zoos von euch angucken und das schaffe ich jetzt ehrlich zur 200 folge nicht mehr ihr wisst wir bauen um und garten und so weiter und so fort naja so eine haussanierung ist halt nicht so einfach und easy peasy going gemacht und deshalb da möchte ich ein bisschen vorlauf haben mich da längerfristig darauf vorbereiten und ich denke jetzt ist gerade ein guter zeitpunkt dafür vielleicht möglicherweise eventuell vielleicht auch nicht wir werden es ja sehen und ja schauen wir einfach mal ja also da habt noch ein bisschen geduld ich rufe euch denn auf zu posten jetzt braucht er das noch nicht machen weil wie sagt vielleicht mache ich den raum schon dafür im discord aber das hat noch einen moment zeit na weil das machen wir dann aber auch im street hatte ich ja gesagt von der warte her irgendwann zu locker flockig bleiben na gut ich sag ja wochenanfang ist bei mir echt schwierig da ist man eigentlich eher wäre das wochenende doch nur noch nicht vorbei gewesen und oh mein gott ich musste wieder los naja so ist das eben geht euch auch so beziehungsweise haben ja glaube ich einige von euch sogar noch ferien naja bin ich ja mal gespannt wie das alles hier so weitergeht im starte juti dann gucken wir gleich mal der kontostand ist ja ein guter wir haben ja da noch ein bisschen was zu erledigen und das würde ich ganz gern machen bevor ich die neuen tierchen ausstatte möchte ich ganz gern erst mal beim letzten tierchen was wir uns in den zoo geholt haben noch ein bisschen das zweite tierchen käuflich erwerben das machen wir gleich da kommen wir ja gleich an und ja das krieg ich mal schön das krieg ich mal schön ne so wartet wir sind gleich durch keine panik ihr wisst das dauert immer alles ein bisschen länger hier im zoo das ist irre immer wieder erstaunlich so warte mal hier war ich ja durch questmäßig muss ich ja nur noch dort züchten ja da habe ich sogar schon einen testversuch mal gemacht beziehungsweise dürfte der noch am laufen sein vielleicht gucken wir mal kommen wir ja auch gleich dran vorbei so bei euch ist ja alles tutti paletti wunderbar hier ein bisschen spieli spieli denn ist die welt auch in ordnung wunderbar ja die beiden kumpel die habe ich ja mal platziert damit ich nicht vergesse für wenig das gehege eigentlich gebaut habe na das sind ja die beiden afrikanischen wildhunde die ich eingetauscht hatte sind auch zwei knuffige kerlchen und die kümmern wir uns auch noch aber ich habe sie schon mal wenigstens in zoo platziert denn so ein leben in isas inventar ist vielleicht nun ja vielleicht nicht ganz so angenehm weil das könnte auch mal etwas länger dauern eh man da rausgeholt wird nun ja so ist das so für im stream nicht dabei gewesen sein na ihr wisst was ich meine den vierten tiger habe ich mir noch über die kisten eingetauscht da hatte ich ja wieder einige am start na und von der warte ja ich ja kommt dann machst du das gehege wenigstens endlich mal voll na sehr schön so dann sind wir beim pekari hier seht ihr das schon hier sind leere gehege ja einfach mal so hingesetzt denn die müssen alle befüllt werden beziehungsweise außer für hier da habe ich ja leider ich glaube das war er was oder was das war ich weiß es gar nicht mehr nee aber ich habe keine ahnung habe ich aus versehen weggetauscht hier die fischkatze habe ich schon reingesetzt ins gehege weil das war ja eine quest hier an der seite na und hier muss ich im übrigen auch noch das himalaya 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 dieser himalaya da könnte ich jetzt auch endlich reinsetzen mache ich jetzt aber nicht weil jetzt kommt zuerst das zweite halsband pekari dran wenn ich mir den leisten kann ich habe aktuell nicht den preis im kopf ich hoffe es funktioniert bitte ja und dann bin ich gleich wieder komplett pleite aber hey quest abgeschlossen hallo wiki hallo willi aber weria und ich haben noch mal über dein problem nachgedacht einen guten tipp haben wir zwar immer noch nicht aber dafür haben wir zwei halsband pekaris vielleicht könnten sie dir helfen auf andere gedanken zu kommen oh das ist so lieb von euch beiden vielen dank für die halsband pekaris und vielen dank dass ihr euch mein problem angehört habt mit so guten freunden wie euch zu sprechen hilft mir auch sehr gut na wow da gehen wir mindestens 27.800 wieder 73.750 erfahrungspunkte das ist lohnenswert und wegweiser für die steppe das ist doch cool das lohnt sich sehr schön dann haben wir das ziel auf jeden fall erreicht na die beiden schnuckiputzis jetzt bist du nicht mehr alleine jetzt seid ihr zu zweit ich finde die echt süß irgendwie finde ich sie so knuffig aber gut haben wir das thema auch erledigt habe es versprochen also wird es auch gemacht so siehst du der sanftmut sagt auch alles tutti so dann geht es ja jetzt hier nur noch weiter mit unseren weißschwanz genuss so heißen sie glaube ich da haben wir jetzt ja noch die zucht aufgabe und dann werde ich halt noch aufs himalaya tal himalaya tal sparen und dann holen wir uns den zweiten auch noch rein ins gehege denn ist die quest auch durch und ja ein mandrill habe ich mir geholt warte jetzt muss man es aber erst mal gedankengänge machen wo wir hier mit den wegen weiter gehen wo wir mit den wegen weiter gehen ist schon irgendwie blöd oder oha gut also das wassergehege kann ja warte mal ich gucke mal ich gucke mal achso ne moment 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 jetzt machen wir erst mal hier weil das können wir immer noch da unten machen ich habe ja meinen eisbeeren versprochen dass sie endlich eine eisrutsche kriegen ja ja dass die endlich auch ein bisschen spaß haben dürfen dann haben die beiden auch immer noch kein doch hatten sie tatsächlich da unten im eck warte hatten sie aber wir haben definitiv die da oben ohne wasser ihr habt hier aber noch kein wasser ihr seid schon viel länger ohne wasser also bekommt ihr ein wasser dafür möchte ich aber ganz gern dass ihr beiden hier oben einen druck endlich mal bekommt ey und weil die welt so schön ist schmeiße ich nachher doch glatt nochmal müllmänner in gang hab ja ein paar mehr davon gut also hier hatte das ja auch schon geklappt gehabt deshalb habe ich hier zwei apfelschimmel drin das hatte ich gepostet denn ich habe pferde gezüchtet in der hoffnung da bei level 20 pferde voll zu kriegen und ja es sind level 20 pferdchen bei rum gekommen und zwar diese kleinen süßen hier in grau also ich habe dann auch eine andere farbe bekommen als die standard farbe also habe ich jetzt auch die apfelschimmel auf level 20 finde ich cool also zumindest die beiden kleinen hier dann ist es ja auch nicht weiter schlimm dann kann ich den den rest des geheges noch voll züchten dann haben wir die auch durch finde ich eine sehr geile sache anders als geplant aber nun ja ne sehr gut so pass auf dann mach mal hier das wassergehege mal kurz an die seite warte mal so dorthin vielleicht und dann können wir die fischkatze mal hier runter ziehen warte mal eins zwei drei es müsste hier so passen mit den erweitern wenn wir erweitern wollen würden passt das perfekt ein für ein platz ja okay das machen wir vielleicht kriegen wir ja irgendwann auch meine zweite fischkatze dazu es wäre ja vielleicht ganz nett ne so dann würde ich sagen bräuchten wir für die fischkatze vielleicht noch einen futtertrog das machen wir doch wenigstens noch wald gucke mal da haben wir nämlich noch welche in petto ähm ich glaube nicht dass die so ein spielseil haben möchten warte mal was möchtet ihr oh doch na guck einer an ne das ist ja auch praktisch ne äußerst praktisch ey Leute ich habe heute so einen an der waffe es tut mir total leid ich bin eigentlich total überlastet und überfordert und dann äußert sich das in absoluter spinnerei es tut mir sehr leid wie kommt denn die katze da oben ans seil also das möchte ich jetzt sehen das ist ja schon very special oder das war jetzt aber nur die freude oder doch warte 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 ach nee die die hä okay alles klar ja das kann man mal machen ne okay dann haben wir die auch gesetzt nett das ist doch nett sehr schön guck mal dann können wir aber dem kleinen racker hier das gehege voll machen wunderbar haben wir alles was verbrauchen theoretisch haben wir noch deko gegenstände über das haben wir glaube ich alles weggetauscht hier könnte man noch was setzen aber um deko können wir uns immer noch kümmern jetzt klettert die ist schon wieder da hoch ja okay 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 kann man machen wo war ja ja da gab es ja als belohnung diese wunderbare laterne die ich jetzt aber nicht so wirklich weiß wo ich damit hin soll warte mal da müssten wir hier vielleicht ein bisschen mehr platz lassen für etwas deko was sollte hier einziehen lasst uns einen blick genau der fennig der sollte hier einziehen den packen wir den mal hier runter und dann kommt er da schon mal rein er sie es wir ihr sie sehr schön na wo ist ja auch knuffig tippel 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 ich weiß gar nicht den fennig hier müssen wir gucken ne den gab es glaube ich nur mal irgendwie war das ein zufall dass ich den bekommen habe oder war das eine aktion ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr so genau auf jeden fall passen hier drei rein das heißt das gehege könnte tatsächlich so bleiben dann können wir hier mit den wegen nochmal rum gehen würde ich sagen so pass auf wird wieder eine längere folge wahrscheinlich weg was haben wir hier so schönes im petto ach die mag ich nicht so können wir hier einen kiesweg kaufen ach 300 das können wir machen ich hätte den lieber weiter unten das ist jetzt aber äußerst unpraktisch oder wir müssen da halt nochmal Deko hin machen das geht natürlich auch ne Deko ist ja immer was feines so dann gehen wir hier runter mit dem Weg um unsere Gäste des Zoos zu verwundern ja gut haben wir den fennig auch platziert schon mal und hier würde ich sagen können wir ja bestimmt auch nochmal eine größere Deko reinstellen hier möchte ich dann endlich mal den Mandrill platzieren meine Güte das wurde jetzt aber auch Zeit oder? kann man das hier irgendwie sinnvoller machen? ja ich glaube so ist gut dann ist das wenigstens auch gleich weg so dann gucken wir doch mal hallo moin du bist ziemlich oh Gott ich hätte sogar einen bunten Poppes okay ja ja okay können wir dir hier auch was nein können wir nicht nein nein können wir alles gerade nicht dann müssen wir wieder in die Puzzleteile gucken hier das lassen wir noch außen vor äh Mr. Fennig haben wir für sie was ähm nein äh nein nein brauchen wir nicht gut also die beiden Gehege werden wir dann in der nächsten Zeit noch fertig ähm ja basteln ich glaube ich mach das lieber so oder ja ja ich glaube das ist besser so ja gut ihr Lieben ich würde sagen haben wir das ganze wieder ähm etwas auf Vordermann gebracht wie gesagt das Wassergehege kriegt auch noch einen Bewohner ich hätte da noch was zum Eintauschen gehabt habe ich jetzt aber denn nicht mehr gemacht weil ihr wisst selber Wassergehege ausbauen und Co. dauert sowieso eine ganze Weile ähm von der Finanzgeschichte her ne das hätte ich jetzt eh nicht hingekriegt und gut dann haben wir wenigstens noch mal so ein langfristiges Ziel haben wir schon mal ein Gehege parat das macht ja mal gar nix so sehr schön haben wir ordentlich was geschafft ich hoffe ihr habt ähm seid hinterher gekommen bei meinem Chaos hier ich glaube um ihn ging es um den Seeotter den habe ich glaube ich weggetauscht ne ja es passiert es passiert naja Dücken gelaufen naja alles alles klar ihr Lieben ich komme für diese Folge zum Ende ich wünsche euch einen traumhaft schönen Tag bedanke mich ganz ganz herzlich bei euch fürs dabei gewesen sein und würde mich freuen wenn wir uns beim nächsten Mal oder einem anderen Video eurer Wahl wiedersehen also bis dahin macht's gut tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal vonич Untertitelung des ZDF, 2020